Ladies und Gentlemen, mein Name ist Captain Jefferson Kalkitt und ich bring heute Abend die Nachrichten aus unserer wunderschönen Welt zu Ihnen. Die Zahlen Sie fürs Geschichtenvorlesen? Noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt? Ist nicht gerade was, wovon man reich wird, wie du siehst. Hey! Bleib still! Bleib still! Ich tu dir nichts! Kannst du mich verstehen? Dory, Icarbata. Freund. Hier steht dein Name ist Johanna Leonberger. Indianer haben dich nach dem Angriff auf deine Familie vor sechs Jahren aufgenommen. Mutter, Vater und Schwester wurden... sind gestorben. Sie hat Verwandte unten in Kestrelville. Captain, warum machen Sie das? Sie soll lachen dürfen und träumen. Sie braucht neue Erinnerungen. Die Straße ist gesperrt. Von rechts wegen? Jetzt ja. Ich habe keine Ahnung, wie man sich um ein Kind kümmert. Eine Fotografie. Das ist meine Frau. Mit Pferden kannst du umgehen, das steht fest. Das ist ein Pferd. Pferd. Captain. Captain. Bloß nicht verwechseln. Captain. Das heißt, sie ist diese Gefangene aus Wichita Falls. Was wollen Sie? Was soll die Kleine kosten? Das Kind ist nicht zu verkaufen. Johanna! Johanna! Sie denkt, sie ist Indianerin. Kling! Sie ist irgendwas dazwischen. Ladies and Gentlemen, das sind Geschichten von Männern und Frauen, wie Sie und ich. Die alle auf bessere Zeiten hofften. Sie kriegen sie nicht. Und ich bin sie nach Hause.